Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 11. bis 17. Mai 2020. Wir schauen uns an, was wir haben. Wir haben einmal Finde deinen wahren Weg, was ich gerne benutze, deswegen auch für jede Woche die allgemeinen Energien. Das After-Tarot für die Tagesenergien, die wir haben, die ja variabel sind, weil das natürlich bei jedem anders stattfindet, auch in der Allgemeinlegung. Zur Klärung haben wir die normalen Rider-Waite-Tarot-Karten. Dann haben wir die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Das und das sind von Colette Barron-Reed. Die Rider-Waite-After-Tarot-Karten, das ist von Julia F. Massaglia, die die Zeichnungen erstellt hat. Das ist das normale Rider-Waite-Tarot und die gibt es auch überall. Und wir haben hier von Colette Barron-Reed Weisheitskarten der Seele. Das ist so die Energie, die die Woche so umschreibt für das jeweilige Sternzeichen. Und wir haben ein Orakel des Krafttiers, das sich in dieser Woche begleitet. Das habe ich noch mit reingenommen. Ich hoffe, du hast viel Freude an der Legung. Wenn du die Karten suchst, ich habe sie auch auf meiner Webseite www.ella-tarot-ku.de hinterlegt. Ansonsten auch natürlich ganz normal auf Amazon oder sonst wo im Internet zu finden. Viel Spaß dabei und bis gleich! Ein herzliches Willkommen, lieber wieder zur Taroskop-Legung mit Ella in der Woche bis zum 17. Mai. Wir schauen uns an, was da so an Energien drin ist. Das heißt, die Möglichkeiten, die sich dir bieten können, wenn du sie nutzt und wenn du sie erkennst. Es ist ja eine allgemeine Legung. Sie kann und wird nicht immer passen, aber du kannst zumindest wissen, was ginge. Und du kannst entscheiden, ob du dem nachgehst oder nicht. Und als erstes schauen wir uns an, was wir von außen für dich haben. Also was deine Mitmenschen dir in dieser Woche an Energien entgegenbringen. Und wir haben den Page der Erde. Erdenergie, kleine Schritte, das heißt, es geht etwas gemächlicher zu. Nicht unbedingt das, was du bevorzugst, aber es ist eben genau. Man ist so ein bisschen pedantisch auf die Details bedacht. Und das ist manchmal sehr sinnvoll, je nachdem, worum es dann geht. Also ich sag mal, man muss sich oder die Mitmenschen müssen sich um Kleinigkeiten kümmern. Schauen wir, wie das in deine Energie passt, wie du dich siehst. Was dein Wunsch ist in dieser Woche. Deine Hoffnung und Ängste. Was gut ist für dich, was vielleicht nicht so gut ist. Und natürlich, wie die Woche ausgeht. So, wir schauen mal, wie das auch in der Kamera aussieht. Okay. So. Dann geht es um die Wochentage. Bei der Allgemeinlegung ist das für die Woche so gelegt, dass das an jedem Tag natürlich stattfinden kann. Ich lege von Montag bis Sonntag, aber bei dir kann das eben auch ein anderer Tag sein. Wichtig ist nur, dass du die Dinge erkennst oder wiedererkennst und dann natürlich nutzen kannst. Wir schauen uns an, was du mitbringst in diese Woche. Was du deinen Mitmenschen an Energie zeigst. Die sechs der Schwerter, Entschuldigung, sechs der Schwerter ist Gelassenheit. Und das ist gut. Du bist auch gut überlegt. Du denkst über die Dinge nach, bevor du entscheidest. Und du bist nicht gestresst, sondern entspannt. Und das ist sehr gut. Klar, deutlich, analytisch, Schwertenergie. Und wir schauen uns an, was wir an den Wochentagen haben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Diese Energien sind wie immer variabel. Das muss jetzt nicht in der Reihenfolge stattfinden, aber du wirst es wissen, wenn es dir begegnet. Deine Energie, wie siehst du dich? Page der Luft. Das heißt, du suchst Gespräche, du suchst Klarheit, du suchst Informationen. Du möchtest dir, glaube ich, ein Bild machen können von der Situation, von dem Projekt, von der Sache. Du bist offen, analytisch, logisch und nicht irgendwie, sag ich mal, jetzt ungeduldig oder dramatisch. Das ist gut. Je nachdem, worum es geht, ist es immer gut, einen klaren Kopf zu haben. Dein Wunsch ist die vier des Feuers. Da geht es um Haus, Heim, Umgebung, Familie, Freundeskreis, Partnerschaft natürlich. Ich denke, dass du alles in trockenen Tüchern haben möchtest, dass alles gut verläuft, dass alle zufrieden und glücklich sind. Ja, das ist dein Wunsch, dass alles harmonisch verläuft auch. Hoffnung und Ängste haben wir die Sechs der Kelche, Sechs des Wassers. Ja, Vergangenheit, Nostalgie, man denkt zurück oder man trifft Leute aus der Vergangenheit, mit denen man zu tun hatte. Oder ja, Zufall, irgendwas fällt einem in die Hände, wie auch immer oder es nimmt jemand Kontakt auf. Vielleicht möchtest du einen Kontakt wieder aufnehmen oder möchtest den wiederbeleben, je nachdem. Was ist gut für dich? Gut für dich ist der Bote des Feuers Fokussierung. Deine Energie, Feuerenergie, dich auf deine Sache oder deine Sachen fokussieren. Also auch eben nicht zu viele Baustellen offen haben, sondern tatsächlich Fokussierung auf das, was gerade ansteht. Das passt gut zu den Sechs der Schwertern, deiner Energie nach außen und dem Page der Münzen. Und das ist eben langsame Erdenergie, aber mit der Feuerenergie bist du auch natürlich mit Leidenschaft dabei. Aber du fokussierst dich, du willst zielgenau treffen und das ist gut. Was wäre in dieser Woche nicht gut? Die Zehn der Erde, Zehn der Münzen. Das heißt, finanzieller Aufschwung oder finanzielle zusätzliche Einkünfte, irgendwas in der Richtung, ist in dieser Woche nicht gut bestrahlt. Also es kann sein, dass du zum Beispiel ein Projekt vorantreibst, das wird in dieser Woche auf jeden Fall noch keine Früchte tragen. Das heißt, du hast in dieser Woche vielleicht erstmal Klärungsbedarf. Du musst die Informationen sammeln, du musst vielleicht Kontakte aufnehmen, Dinge klären, besprechen und das dann eben sozusagen vorbereiten, um dann später die Zehn der Münzen zu realisieren. Der mögliche Ausgang ist der König des Wassers, König der Kelche. Das ist sehr schön. König der Kelche reagiert angemessen, ist höflich, charmant entgegenkommend. Das kannst du auch sein, mein lieber Widder. Es geht darum, eben nicht zu übertreiben, nicht zu harsch zu sein, sondern eben charmant und ja, andere um den Finger wickeln sozusagen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben die fünf. Der Schwerter, es gibt etwas zu klären. Das habe ich mir schon gedacht. Da ist Konfliktpotenzial. Vielleicht ein Missverständnis, irgendwas, was sich verzögert hat. Oder es gibt Klärungsbedarf in irgendeiner Form. Vielleicht fehlen dir ja auch ein paar Informationen und wenn du die nicht so bekommst, dann kann es natürlich etwas schwieriger sein. Aber es ist wichtig, dass du dich darum bemühst. Dann haben wir den Neuanfang mit dem Narren. Das bedeutet auch Hausheim, Umgebung und so weiter. Man will vielleicht was Altes abschließen, muss dazu aber noch ein paar Informationen bekommen, sammeln, klären. Wir schauen mal weiter. Dann haben wir die Acht der Münzen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Vielleicht gilt es auch in der Vergangenheit nachzuforschen zum Beispiel. Ich sage jetzt mal, was mir so spontan einfällt, eine Erbschaftsangelegenheit. Das Testament ist verloren. Man muss danach suchen. Ist jetzt nur eine Geschichte, um dir zu erklären, worum es dabei gehen kann. Das muss nicht das betreffen. Aber es kann halt darum gehen, dass man sich ein bisschen bemühen muss, diese Information aus der Vergangenheit irgendwie zu erlangen. Dann haben wir am Donnerstag die Zwei der Kelche. Das ist sehr schön. Das heißt, du erhältst Unterstützung. Pardon. Kälte-Energie. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auf andere eben zuvorkommend nett und charmant zugehst. Also nicht zu forsch, nicht zu fordernd, sondern eben auf Augenhöhe. Ja, das sieht gut aus und du fokussierst dich ja auch. Dann haben wir die Vier der Schwerter. Es gilt gut zu überlegen, was man tun kann, wie man das umsetzen kann, wie man an die Informationen kommt und wie man das natürlich auch einsetzen kann. Aber da ist Vorsicht geboten. Gute Überlegung ist notwendig. Samstag haben wir das aus der Schwerter. Da ist die Klärung, da ist die Wahrheit. Da ist eben, ja, mit Dingen abschließen. Ein Neustart in Wahrheit und Klarheit. Authentisch sein. Aber eben aufpassen, was die Finanzen betrifft. Und wir haben die Mäßigkeit. Also alles in Maßen. Nicht übertreiben. Weder zu, ja, entgegenkommend sein, als auch zu forsch. Das ist ganz wichtig, mein lieber Vedda. Wir schauen mal. Das ist übrigens die Mäßigkeit Karte des Schützen. Aber es bedeutet eben auf dem Teppich bleiben und trotzdem eben voranschreiten. Also die Dinge bewegen. Schauen wir mal. Was ist denn mit dem Page der Luft? Das ist deine Energie. Die Heilung, der Stern oder ein Wassermann und der Wagen. Du möchtest die Heilung voranbringen oder eben auch die Klärung. Oder das ist ein Wassermann, mit dem du Gespräche führen musst. Ja, die Sternkarte ist eben auch Wassermannkarte. Der Wagen ist die Krebskarte. Die Zügel in die Hand nehmen. Aber ich glaube, dazu brauchst du Informationen. Viertes Feuers ist dein Wunsch. Da stehst du an einer Weggabelung. Wie entscheide ich mich? Wohin will ich? Du hast eine Tendenz, aber noch keine Entscheidung getroffen. Da gilt es mit dem Schwert der Wahrheit, das wir hier auch haben, tatsächlich realistisch über die Dinge zu sprechen, analytisch, auch mit deinem Umfeld, sei es die Familie, sei es der Partner, die Partnerin oder der Freundeskreis. Sechs der Kelche, Hoffnung und Ängste, Ballastabwerfen aus der Vergangenheit und das Rate Schicksals. Rate Schicksals dreht sich in deine Richtung, aber du brauchst Geduld. Ja, du brauchst Geduld bei Karma. Das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, nicht so schnell, wie wir das gerne hätten. Also bleib dran, aber lass dich nicht oder versuch nicht, es zu forcieren. Das wird nicht gelingen. Fokussierung auf das, was dir wichtig ist und was du auch erledigen musst. Wir haben die Zehn der Kelche, da ist Liebe, ganz viel Liebe drin und der Turm. Also auch, dass man sich vielleicht von Dingen trennt, die man liebgewonnen hat, aber aus irgendwelchen Gründen, die dir nicht weiterhelfen. Das kann auch eine liebgewonnene, sag ich mal, Angewohnheit sein oder es ist zum Beispiel, du musst umziehen, du magst das, wo du wohnst, aber es ist halt notwendig. Also es fällt etwas weg, es wird Platz geschaffen für Neues. Es kann auch die Fokussierung sein auf eine neue Sache in Bezug auf Familie. Wir haben hier die vier der Stäbe, wir haben die Zehn der Kelche, wir gucken mal. Die Zehn der Erde, Gerechtigkeit und die drei der Münzen. Das bedeutet momentan nicht gut für dich, dass du damit rechnen kannst, dass dir jemand gut, also dass dir jeder hilft oder dass die Leute dir zuarbeiten. Da musst du schon selber ran, da wird sich nicht viel tun oder Fairness oder so, kannst du in dieser Sache nicht unbedingt erwarten. Drei der Münzen, die Zusammenarbeit ist schwierig momentan. Wir haben den König der Kelche eben angemessen zu reagieren, da haben wir den Konflikt, den wir hier auch haben. Die Herrscherin, wenn du sozusagen in deiner Haut bleibst und nicht aus ihr fährst, kannst du mehr erreichen, als wenn du wirklich die Provokation oder diesen Widerstand mit Gewalt versuchst zu brechen. Das ist das, was ich hieraus sehe. Bleib entspannt, bleib locker und suche nach Wegen. Wir haben den Mond, da ist auch die Sensitivität, auch mit seinen eigenen schlechten Eigenschaften zu hantieren, das ist eben Ungeduld mit dem Kopf durch die Wand. Du musst dich ein bisschen zusammenreißen, wenn du etwas erreichen willst. Das ist ein hartes Stück Arbeit, das haben wir hier auch. Das heißt, du musst ein bisschen auch mit dir selber ins Gericht gehen und daran arbeiten, dass du die Dinge nicht forcieren kannst, wenn du auf Widerstand stößt, sondern dass du mehr deinen Charme einsetzen solltest. Wir haben den Neuanfang, da ist die Vergangenheit, die du langsam hinter dir lässt und da ist die sieben der Schwerter. Und das bedeutet, dass das eben nicht ohne Widerstand geht und dass vielleicht auch jemand versucht da, ja, ich sag mal, den Widerstand zu vergrößern oder dir Steine in den Weg zu legen. Deswegen sage ich ja, ein hartes Stück Arbeit wartet auf dich. Es können auch Neider sein, es können Leute sein, ja, mit denen du nicht gut ausgekommen bist in der Vergangenheit, die dir so ein bisschen die Bremse vor die Füße schmeißen. Acht der Münzen, drei der Schwerter und das Ass der Kelche. Da bist du enttäuscht. Du bist enttäuscht, zum Beispiel im Job, dass deine Leute, die mit dir zusammenarbeiten, dir in den Rücken fallen. Das sehe ich mit den sieben der Schwerter. Sei trotzdem du selbst. Denk an die Eigenliebe. Das Ass der Kelche ist die Eigenliebe. Dass du dich aus dieser Sache rausziehst. Das ist, wie gesagt, ein hartes Stück Arbeit. Königin der Kelche ist Gefühl, ist auch Kränkung natürlich, die du vollzogen hast. Du trittst anderen auf Augenhöhe entgegen, auch wenn sie das selber nicht tun. Aber du kümmerst dich um deine Gefühle, um dein Wohlbefinden. Und das ist wichtig. Du beurteilst die Situation, wie sie ist. Und hier ist die Eigenliebe, glaube ich, größer als das, was mit dem Finanziellen zusammenhängt. Du überlegst. Da ist die Entspannung, deine Energie. Und da ist der innere Konflikt. Nach außen hin zeigst du nicht, dass du innerlich zu kämpfen hast. Je nachdem, ob es im Kollegenkreis ist, privat ist. Ich habe eher den Eindruck, es hat was Berufliches. Das steckt dahinter. Oder ein Umzug, irgendwas. Ass der Schwerter. Dann haben wir die Königin der Münze und den König der Kelche. Du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, auch finanziell, wenn du, wie gesagt, in deiner Haut bleibst und dich nicht provozieren lässt. Egal, was auch immer jemand sagt. Du weißt, wer du bist. Du weißt, was du vorhast. Und du lässt dich bitte davon nicht beirren. Du kannst hier ballastlos werden. Die Mäßigkeit, da ist die Fokussierung, was wir hier haben, auf das, was dir wichtig ist. Und der König der Schwerter ist Wahrheit und Klarheit. Kann auch in Bezug auf Rechtsprechung sein. Dass man da, wenn wir bei dem Beispiel mit dem Testament bleiben, dass hier die Wahrheit gesprochen wird. Und dass du dich darauf fokussieren solltest, dass es dir gut geht. Und dass du natürlich bei deinen Dingen bleibst, dich nicht beirren lässt von irgendwelchen äußeren Einflüssen, seien es Personen oder so. Du kämpfst für die Wahrheit für dich. Und wir haben hier die Karte verweist für dich. Das heißt, du kämpfst wahrscheinlich erst mal alleine. Aber ich denke, dass es sich lohnt und dass du natürlich nicht von deinem Standpunkt abweichen solltest. Die Karte verweist hat die Grundbedeutung, das Gefühl von Verlust, Identitätskrise, sich nicht hineinfinden können. Der Wunsch nach Zugehörigkeit, Verunsicherung in Bezug auf den eigenen Platz. Und das sehe ich halt, wie gesagt, hier auch gerade in Zusammenarbeit, in Sachen um ein Projekt. Ja, aber da ist wichtig, dass du eben gelassen bleibst. Wir schauen mal, die Botschaft des Orakels. Uns allen ist bestimmt, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Ob im Kreis der Familie, auf gesellschaftlicher Ebene oder innerhalb des größeren Kulturkreises. Niemand ist eine Insel und es ist von Bedeutung zu erkennen, wann es für dein Wohlbefinden wichtiger ist, dazu zu gehören, als abseits zu stehen. Für dich geht es jetzt darum, herauszufinden, wo dein Platz ist. Bleibe dabei aber deinen Werten und Wahrheiten treu. Vielleicht identifizierst du dich mit einer Gruppe oder einer Gemeinschaft nicht mehr in derselben Weise, wie du es einmal getan hast und musst für dich einen neuen Rahmen finden. Vielleicht spürst du auch einen großen Verlust oder eine tiefe Verunsicherung. Folge deinem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und sei gewiss, dass du deinen Platz in einem Kreis von Gleichgesinnten und Geistesverwandten finden wirst. Setze dich aber nicht unter Druck, irgendwo hinein zu passen. Nicht jeder stimmt mit dir überein. Es ist an der Zeit, weiterzugehen. Das heißt, dich davon zu lösen, irgendwo hineinpassen zu müssen oder eben da, ich sag mal, Anklang zu finden oder sich zu rechtfertigen. Weißt du, es ist manchmal so, dass die Leute ihre Meinung haben und je mehr du dich rechtfertigst, desto mehr wirst du in Ungnade fallen, sage ich jetzt mal. Und das ist so das Gefühl, was ich habe. Je weniger du dich rechtfertigst, sondern deinen Weg gehst weiterhin und gar nicht darauf pochst, sondern einfach lebst, wie das so ist und das auch so sagst und dich gar nicht auf Provokation einlässt, desto eindrucksvoller ist das. Wir haben für dich das Krafttier Rotlux. Das Leben ist ein Mysterium. Die Nummer 48 klingt ja sehr spannend. Sehr schön. Ich denke, dass du dich auch nicht von deinen Standpunkten abbringen lässt, was auch gut ist, aber du musst halt davon weg, diese auch mit Argumenten oder mit irgendwas verteidigen zu wollen. Die Botschaft des Orakels lautet, die Bewegungen des Luxes sind geheimnisvoll und geschehen im Verborgenen. Wenn dir der Luxgeist erscheint, ist das eine nachdrückliche Erinnerung, das nicht alles im Leben durch die Kraft des Intellekts zu erklären und zu begreifen ist. Wenn du versuchst, die Dinge mit Hilfe von Vernunft und Fakten zu ergründen, logische Erklärungen zu finden oder das künftige Geschehen vorauszusagen, wird dir das nicht die Gewissheit und Beruhigung bringen, die du suchst. Der Rotlux fordert dich auf, dem großen Mysterium zu vertrauen und die Geheimnisse des Universums sich dir durch dein unmittelbares Erleben enthüllen zu lassen. Lass deinen Blick weniger scharf sein, damit du zwischen den Zeilen lesen kannst und siehst, was dort die ganze Zeit verborgen war. Der Geist des Luxes hilft dir, den Pulsschlag des Göttlichen in der Welt von innen heraus zu spüren. Vertraue auf die Weisheit und die Offenbarungen, die sich dir zeigen, wisse aber auch, dass die Einsicht nicht unbedingt auf die erwünschte Weise kommt. Was du mit deinem Herzen und deiner Intuition erlebst und sich dir als die Stimme inneren Wissens mitteilt, wird dich jetzt führen, wenn du akzeptierst, dass das Geheimnisvolle ins Geflecht des Daseins eingewogen ist. Was es auch sei, das Erscheinen des Luxgeistes ist ein Zeichen, dass du aufgefordert bist, zu vertrauen, auch wenn sich nicht mit deinem Bedürfnis nach intellektueller Gewissheit verträgt, was sich dir enthüllt. Also es kann durchaus sein, dass die Dinge eben anders liegen, als sie dir erscheinen. Ich denke mal, dass du eben mehr jetzt zwischen den Zeilen lesen solltest und dann auch erkennst, was da eigentlich hinter steckt, auch vielleicht aufgrund der Provokation oder dieser Dinge, die da kommen. Dein innerer Konflikt ist da, aber nach außen hin zeigst du diesen Konflikt nicht so sehr. Und das ist gut. Und der König der Kelche mit Königin der Münzen bringt dir die Wahrheit und Klarheit, die du brauchst. Und das heißt halt, auch mit dem Herzen zu sehen, zu spüren, was los ist, Intuition zu nutzen und hier sich auf das zu fokussieren, was du erreichen willst, gemäßigt, also nicht übertrieben. Und da ist die Klarheit und Wahrheit. Und ich denke mal, wenn es da Ungerechtigkeiten gibt, Unklarheiten gibt, dass du eben etwas warten musst. Wir hatten ja das Rat des Schicksals, Ballast wird sich lösen aus der Vergangenheit. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Vielleicht ist das dann schon in der nächsten Woche soweit. In dieser Woche ist es halt so, dass du, wie gesagt, nicht nur mit Logik daran gehen kannst, sondern auch hier mit dem Stern, mit dem Wagen. Das ist so gefühlsmäßig zwischen den Zeilen lesen, eben das sehen, was nicht ausgesprochen wird. Dinge, die sich verbergen, Hintergründe, die dir nicht klar sind, die du mit deinem Neuanfang nicht vereinbaren kannst oder die du noch nicht verstehst einfach. Eigenliebe ist wichtig, lass dich davon nicht beirren, lass dich davon vor allen Dingen nicht verletzen. Versuche es, siehe es als Machtspiel, je nachdem, wie sich das bei dir äußert in deinem Umfeld. Das ist auch dieser Page der Münzen, so Kleinkrämerei. Man sucht an allen Ecken und Enden, wo ist der Haken oder wie kann man das machen? Es ist langsame Energie, das dauert. Vielleicht ist es auch etwas Bürokratisches, durchaus möglich, so etwas dauert eh immer länger. Und angemessen zu reagieren und sich auf das zu fokussieren, was du erreichen willst, ist der beste Ratschlag, den dir die Karten in dieser Woche geben können. Also, mein Lieber, bitte, halte durch, lass dich nicht reizen oder provozieren, das ist ganz wichtig. Und ich denke, dass du in naher Zukunft dann das Ergebnis erzielen kannst, was du dir vorstellst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich hoffe, du lässt mich ein bisschen teilhaben und erzählst in den Kommentaren. Und wenn das hilfreich war für dich, dann würde ich mir natürlich ein Däumchen hoch wünschen. Viel Erfolg dabei, viel Glück und bis nächste Woche. Tschüss.